Hallo zusammen, I Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, das Genie anzunehmen bei Großknecht Big Gooms. Auf der Höllenfeuerhalbinsel an dieser Stelle. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten. Vorquest war, bringt diese Mine zum Beben. Jetzt muss man in diese Mine laufen, gleich daneben. Eigentlich unsinnig nochmal die Karte aufzumachen, gleich danach. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Die Quest bzw. das Video sollte aber euch auch helfen, wenn ihr BC Classic spielt. Jetzt werde ich ein bisschen aufgehalten. Ui, ein Gubbdell. Warte. Na gut, brauche ich nicht, glaube ich. Und wie mir scheint, ist der gesuchte Mob noch nicht gespawnt. Beziehungsweise, eventuell wurde er auch Quart getötet. Hm. Aber man sieht, hier warten schon ein paar Leute. Das heißt, er müsste gleich spawnen. Bei der Forquest wurde er getötet. Da bin ich hinausgelaufen zu einem Abgeben. Jetzt wieder hinein, etc. Blablabla. Dann nutze ich die Zeit, euch darauf hinzuweisen, dass ich auch eine Facebook-Seite habe. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, wie das Ganze funktioniert. Wisst ihr ja, like und abonnieren, falls ihr wollt. Da poste ich die Software, was ich gerade aufnehme oder kündige Streams an. Und so weiter. Komm schon, Mob. Das Qual. Skwal. Wie spricht man das aus? S. Sval. Ich glaube, das spricht man Sval aus. Ui. Ist das der Zwillingsbruder von Sval? Hm. Okay. Wir können hier eine Tanzparty machen. Ja. Macht jemand mit? Anscheinend nicht. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das Video geholfen hat oder nicht. Oder was ich anders machen hätte sollen. Ich bin mal gespannt, ob ihr Vorschläge habt. Also wie gesagt, hier müsste der Mob spawnen. Ich blende mich hier kurz mal aus und sobald er spawnt, bin ich sofort wieder da. Bis gleich. Jetzt ist er gespawnt. Das Ganze hat ziemlich lang gedauert. Ich glaube, das waren jetzt fast 5 Minuten. Also, falls ihr den Mob benötigt und ihr wisst nicht da, stellt euch drauf ein, dass ihr ein bisschen warten müsst. Und die Quest ist bereit zur Abgabe. Jetzt muss man hinauslaufen. Das ist aber das geringste Problem. Die Unterbrechung war aber eine echt gute Idee. Das Ganze wäre sonst ziemlich lange noch gelaufen. Herzlich mal dem Spieler. Sehr gut. Ich helfe mir. So, Quest ist abzugeben bei Großknecht Big Gans auf der Höhlenfeuerhalbinsel an dieser Stelle. Hoffe mein Video konnte euch helfen, falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, in dem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierenknopf ein. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr mich auf Twitch besucht, eventuell können wir uns da live unterhalten. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich freue mich schon auf euch. Eizocke Ende.